Große Ehre für Cristiano Ronaldo. Der Weltfußballer wurde in Lissabon mit einem der höchsten Staatsorden seines Heimatlandes ausgezeichnet. Eine Woche nach seiner zweiten Wahl zum Weltfußballer empfing der Realster den Orden des Infantendom Enrique in der zweithöchsten Klasse des Großoffiziers. Ich möchte weiterhin mein Bestes geben, um Portugal von seiner besten Seite zu repräsentieren. Die Ehrung nahm Portugals Staatspräsident Anibal Cavaco Silva vor. Den Orden hatte zuvor bereits Chelsea-Coach José Mourinho und Brasiliens Nationaltrainer Luis Felipe Scolari erhalten.